Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von OKA54 nachgefragt. Thema der heutigen Sendung ist das Mosel Musikfestival 2012. Wir haben dazu den Intendanten des Musikfestivals, Hermann Leven, eingeladen. Herr Leven, schönen guten Tag. Herr Schulz, ich bedanke mich für die Einladung. Herr Leven, damit man die Dimension des Mosel Musikfestivals erkennen und erfassen kann, beschreiben Sie das Event doch einmal mit Zahlen. Nun, Herr Schulz, wir haben 1985 die Idee gehabt, an der Mosel ein klassisches Musikfestival zu etablieren. Zu der damaligen Zeit gab es keine Klassik-Sommerfestivals in Deutschland. Aus dieser Idee heraus ist eines der größten Klassikfestivals in Europa geworden, eines der zehn größten in Deutschland und in Rheinland-Pfalz sind wir die Nummer eins. Wir haben in den vergangenen 26 Jahren mehr als 1600 Konzerte an mehr als 75 verschiedenen Spielorten entlang der gesamten Mosel zwischen Luxemburg und dem Deutschen Eck veranstaltet. Und wir haben etwa mehr als 400.000 Besucher in diesen Jahren zu klassischen Konzerten eingeladen. Das ist sicherlich eine beeindruckende Zahl und wir werden das auch in der Zukunft noch weiter tun, weil wir uns immer wieder neue Spielstätten anschauen, Tipps bekommen und insoweit auch eine besondere Brillanz in Form von mehreren und neuen Veranstaltungsstätten anbieten werden. Nun, welche Tradition steht denn hinter diesem Festival? Nun, die Tradition ist, dass wir hochkarätige klassische Veranstaltungen an nicht alltäglichen Spielstätten, an außergewöhnlichen Kirschen, Winzerhöfen, Innenhöfen machen möchten. Aber wir laden nicht nur international renommierte Ensemble und Künstler zu diesem Festival ein, sondern wir binden auch regionale, gute Kulturkonzepte in dieses Festival ein. Wir arbeiten mit den regionalen, semiprofessionellen Chören zusammen, mit den Organisten zusammen, mit den Kirschenmusikern zusammen. Ich denke, das ist dieser Mix zwischen dem, was von draußen an die Mosel kommt und auch exemplarisch zeigt, was ein internationales Niveau hat und dem, was vor Ort gewachsen ist, was wir auch dann gerne unterstützen und weiter professionalisieren. Herr Leven, wann findet das Festival denn jetzt genau statt? Nun, das Festival findet immer statt zwischen Anfang Juli und dem 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, also quasi drei Sommermonate. In diesem Jahr starten wir am 01.07. um 17 Uhr in der Konstantin Basilica in Trier mit einem großen symphonischen Konzert. Zu Gast ist die Deutsche Radiophilharmonie Rheinland-Pfalz. Es dirigiert Karl-Heinz Steffens, der in Trier geboren wurde, in Wittich aufgewachsen ist, lange Jahre Soloklarinatist der Berliner Philharmoniker war, mittlerweile einer der renommiertesten internationalen jungen Dirigenten ist. Und er gibt sein Dirigentendebüt in seiner Geburtsstadt Trier, mit dabei der Trierer Bachchor. Ein grandioses Programm mit grandiosen Orchester- und Chorwerken, Heidens Paukenmesse unter anderem. Und wir freuen uns sehr, dass er sein Dirigentendebüt als Trierer Jung sozusagen bei der Eröffnung des diesjährigen Mosel-Musikfestivals in der Basilica in Trier gibt. Herr Leven, nun ist die Bandbreite ja sehr enorm. Es geht nicht nur um Klassik, sondern auch moderne Stilrichtungen sind ja da Bestandteil des Programms. Wie breit ist denn das Programmangebot? Nun, wenn Sie so wollen, haben wir drei Säulen, die das Programm widerspielen. Das eine ist die Säule großer Orchester und oratorischer Werke in Sakralbauten, im Dom, in der Basilica, in verschiedenen Kirchen. Das andere ist der kammermusikalische Schwerpunkt, den dieses Festival seit 25 Jahren hat, weil wir an der Mosel wunderbare, kleine, feine Kammermusikkonzertsäle haben. Also wir machen noch Kammermusik in der Kammer. Das zeichnet auch dieses Festival in besonderer Weise aus, weil die Besucher hier sehr intim Musik erleben können, sehr nah an den Künstlern, an den Ensembles ist. Und das ist auch etwas, was den Künstlern sehr viel Spaß macht, dass sie hier quasi Klassik anplagt, sehr intim an das Volk heran, an ihre Freunde heranbringen können. Und diese besondere Intimität, das zeichnet dieses Festival aus. Und das dritte, die dritte Säule, na, ich benutze das Wort nicht gerne, das ist sozusagen die Event-Klassik. Das heißt, die großen Open-Airs haben auch einen sehr unterhaltenden Charakter in den Inhalten. Internationale Press-Ensembles bringen hier ihre Konzerte zu Gehör, die alle mit sehr viel Spaß, aber hohem Können verbunden sind. Götz Alsmann kommt alle zwei Jahre mit seinem neuen Programm in den Innenhof des Kurfürstischen Palais. Und in diesem Jahr in besonderer Art und Weise präsentieren wir einen der weltberühmtesten Organisten, Cameron Carpenter, mit einer digitalen, sakralen Kirchenorgel draußen im Innenhof des Kurfürstischen Palais, hinter der Basilika. Und man erlebt zum ersten Mal unter freiem Himmel große Orgelwerke. Und ich denke, das ist etwas ganz Besonderes. Das ist auch so ein Markengrund, so ein besonderer Nukleus innerhalb unseres Festivalprogramms. Das Besondere sind die ausgewählten Spielorte, die Sie auch eben angesprochen haben, in der gesamten Region. Was sind denn so die schönsten und interessantesten Locations für Sie persönlich? Nun, ich habe Ihnen eben schon in der Euphorie meines Vortrages gesagt, dass der Innenhof des Kurfürstischen Palais einfach ein wunderbarer Raum auch ist. Nicht nur ein Platz, er klingt auch durch die Geschlossenheit. Die hohe Wand der Basilika, die Rückwand der Basilika, dann das Kurfürstische Palais drumherum. Dieser Raum klingt wie ein Saal. Dieser Platz klingt wie ein Saal. Akustisch also brillant. Aber es gibt natürlich auch andere Kleinode an Konzertsälen, die nicht nur von ihrer Optik heraus eine besondere Qualität haben, sondern auch aus der Akustik heraus. Sehen Sie beispielsweise der Barocksaal von Kloster Machern. Jahrelang haben dort Weltstars ihre CDs aufgezeichnet. Ich sage immer, dieser Saal hat vom Ton her einen goldenen Schnitt. Und das zeigt sich nicht nur in der Beliebtheit dieses Saals oder dieser Säle bei unserem Publikum, sondern auch bei den international renommierten Künstlern, die wir einladen. Diese Künstler wissen, wenn sie an die Mosel kommen, wenn sie nach Trier kommen, wenn sie nach Bernkastel kommen, wenn sie nach Kochen kommen, sie wissen, wir finden hier wunderbare Konzertorte vor, die auch in einer gewissen Verantwortung zur Literatur, die an dem Abend oder an dem Tag gespielt wird, ausgewählt werden. Denn da gilt bei uns so das Ganzheitsprinzip von Erlebens zwischen Raum, Klang, als auch dessen, was auf der Bühne passiert. Und was ganz besonders ist, wir legen einen sehr großen Wert darauf, dass wir nicht nur Konzerte veranstalten, sondern dass die Besucher in der Gänze ein besonderes Erlebnis haben. Auch wenn es jetzt schwer ist für Sie, was sind aus Ihrer Sicht als Intendant so die absoluten Höhepunkte dieses Festivals? Na, ich denke, es gibt natürlich persönliche Highlights, wo man sich, ich sag immer, wo man auch selber Eintritte zahlen würde, innerhalb seines eigenen Festivals. Aber da die Bandbreite so groß ist, muss ich versuchen zu selektieren. Also bombastisch und beeindruckend sind natürlich Konzerte in den Großräumen, wie beispielsweise der Basilika Trier oder auch dem Trierer Dom oder wie gesagt den Klostermachern. Ich persönlich freue mich in diesem Jahr auf eine barocke Sommernacht mit Martin Stadtfeld im Innenhof des Kurfürstlichen Palais, wo wir zum ersten Mal ein Klavierkonzert, also es werden drei Bachsche Klavierkonzerte mit Orchester aufgeführt. Dazu gibt es zum Abschluss ein Brillantfeuerwerk mit barocker Musik im Palastgarten. Also da ist dieser Aspekt des Mehrerlebens als nur Konzerthören, wirklich sich, dort spiegelt sich das fantastisch wieder. Und es gibt eine neue Konzertform. Wir versuchen ja immer auch etwas Neues in dieses Programm hineinzubringen, indem wir in diesem Jahr zum ersten Mal eine sogenannte GTI Classic Launch platzieren. Wir möchten insbesondere Jüngere an dieses klassische Musikfestival heranführen und da muss man sich natürlich auch Gedanken machen über neue Konzertformen. Und mit dem Thermenmuseum am Viehmarktplatz, mit der wunderbaren Ungarsarchitektur, 2000 Jahre Welten sozusagen, ergibt sich natürlich eine Location, die besonders prädestiniert scheint für eine besondere Veranstaltungsform. Wir werden dort eine Classic Launch einrichten. Das heißt, das Thermenmuseum wird besonders möbliert mit Lounge-Möbeln. Es gibt Theke, Cocktailbar, Weinbar. Und wir haben zu Gast das Antrio aus Amerika. Das sind drei wunderbare, zudem auch noch sehr hübsche Musikerinnen. Ein Klaviertrio, die klassisches Repertoire spielen, aber auch Kompositionen, die eigens für sie geschrieben wurden, präsentieren werden. Wir haben einen DJ eingeladen. Das heißt, es gibt 15 Minuten, 20 Minuten klassisches Klaviertrio. Dann legt der DJ auf, ungezwungenes Verhalten, man kann miteinander sprechen, man kann wandeln. Und diese neue Konzertform ist sicherlich einmalig in Trier. Und ich freue mich darauf sehr, bin gespannt, wie viele junge Leute kommen. Ich weiß schon, dass eine Reihe von Leuten Eintrittskarten gekauft haben. Spannend finde ich auch, dass auch teilweise das Reifepublikum ein Interesse an dieser Veranstaltung hat. Insofern wird es ein Generationenmix werden. Also sehr spannend. Ja, viele Veranstaltungen haben bereits aus den Vorjahren eine gewisse Tradition. Was ist jetzt doch dieses Jahr neu hinzugekommen? Nun, neben dem Wandelkonzert im Rheinischen Landesmuseum ist diese GTI-Lounge, also dieses besondere klassische Lounge-Erlebnis in einer außergewöhnlichen Konzertform, sicherlich das, was neu ist. Ansonsten haben wir aber auch festgestellt, dass liebgewordene Traditionen tatsächlich immer wieder auch erwartet werden. Ja, das sind die Kammermusikreihen, das sind die Open Ares, das sind die Kirchenkonzerte. Aber ich denke, im ganzen Mix gelingt es uns immer wieder, jedes Jahr auch neue Spielstätten zu finden und sie neu zu aktivieren zu einem besonderen klassischen Erlebnis. Wo können sich unsere Zuschauer über dieses detaillierte Programm des Mose-Musik-Festivals 2012 denn informieren? Nun, Sie schauen ja OK. Dort werden Sie natürlich immer optimal informiert. Für all diejenigen, die es gerne geprintet, wie das so heißt, zu Hause gerne hätten, gibt es eine wunderbare Broschüre. Die können Sie bei dem Mose-Musik-Festival in Bernkassel-Kuhs telefonisch, schriftlich oder per E-Mail anfordern. Die schicken wir Ihnen kostenlos zu. Zudem gibt es die Eintrittskarten sehr einfach, sehr bequem über Ticket Regional oder an Ihrem häuslichen Computer zum Selbstausdrucken zu Hause, Platz genau. Sie können auch dann von zu Hause aus bezahlen und an den bekannten üblichen Vorverkaufsstellen halt. Und Sie können das aber auch telefonisch machen in Bernkassel-Kuhs unter der 065 31 3000. Dort haben Sie dann auch einen Telefonservice. Und wenn es noch Karten an den Abendkassen, der mehr als 50 Konzerte gibt, dann ist diese Abendkasse eine Stunde vorher geöffnet. Und an den Abendkassen gibt es dann auch die Eintrittskarten. Es gibt in diesem Jahr einen besonderen Service, was die Open-Air-Konzerte betrifft. Wir haben ja als Mose-Musik-Festival seit Jahren den Standard, nenne ich das mal, dass wir etwa drei, vier Stunden vorher entscheiden, nach Wetterlage finden diese Konzerte draußen statt. Oder werden Sie regensicher, wettersicher nach innen verlagern. Es gibt zu allen Konzerten eine Regenalternative. In der Regel ist das, was die großen Konzerte im Innenhof des Kurfürstlichen Ballets betrifft, die Europahalle in Trier. Bei etwa klassischeren, sakraleren Konzerten ist es die ehemalige Abteikirche St. Maximin. Und wenn Sie uns Ihre Telefonnummer, Ihre Handynummer schicken, wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse geben, dann gibt es einen SMS- und E-Mail-Service. Da erhalten Sie von uns direkt die Information, damit Sie frühzeitig planen können, wohin Sie fahren, wo Sie parken sollen und, 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 wie dann diese Konzerte an dem entsprechenden Abend stattfinden. Ich gehe davon aus, nach der Erfahrung, die wir bisher haben, dass mindestens 80 Prozent unserer Open-Air-Konzerte auch tatsächlich Open-Air stattfinden werden. Und das ist natürlich eine besonders schöne Atmosphäre, die Sie dann nicht vermissen sollten und kommen sollten und auch spontan sich entscheiden sollten, am Abend selber an die Abendkassen zu kommen. Es gibt einen alter Grundsatz bei uns. Eigentlich haben wir noch nie jemanden nach Hause geschickt. Nun dauert dieses Programm ja auch mehrere Monate. Das ist ja nicht ganz einfach zu organisieren. Wie lange arbeitet Ihr Team denn an der Vorbereitung des jährlichen Events und was sind dabei die herausragenden Schwierigkeiten? Nun, wir sind drei Mitarbeiter, die dieses Festival organisieren und durchführen. Wir haben ein paar Helfer mehr, im akuten Fall abends bei den Veranstaltungen. Man plant so ein Festival etwa ein bis anderthalb Jahre im Voraus. Und das ist auch notwendig, wenn Sie das Niveau, wenn Sie international renommierte Stars und Ensembles an die Mosel haben wollen, dass Sie so langfristig planen. Das ist eigentlich, nachdem wir das jetzt 26 Jahre machen, gutes Handwerk geworden. Wir haben tausende von Kontakten international. Und die Schwierigkeit ist sicherlich, dass wir planen müssen, obwohl wir teilweise noch nicht die finanziellen Zusagen unserer Partner, der Kommunen des Landes Rheinland-Pfalz, die dieses Festival ja Gott sei Dank unterstützen haben. Insofern ist immer ein unternehmerisches Risiko mit verbunden. Und das ist die eigentliche Arbeit im Hintergrund, die Finanzierung eines solchen Festivals auf die Beine zu stellen und das über so viele Jahre und immer wieder auch Unternehmen zu motivieren, in ein klassisches Musikfestival dieser Region Geld zu geben. Unternehmerisch Mut zu beweisen, dass es wichtig ist, dass dieses Festival in dieser Region stattfindet. Und das ist auch ein Dank an die vielen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, überwiegend, aber auch an unsere Hauptsponsoren, insbesondere an GTI. Die Hauptsponsor dieses Festivals ist, dass Sie in der Lage und bereit sind, für ein klassisches Musikfestival uns Geld zur Verfügung zu stellen. Und natürlich bekommen Sie dafür eine Gegenleistung, wie sich das im Sponsoring gehört. Und wir sind bisher eigentlich in einem guten partnerschaftlichen Verhältnis, sodass wir sehr zuversichtlich sind, dass auch die Planungen für 2013, wir planen teilweise 2014 und 2015 schon, durchführen können. Nun, ein derartiges Festival lässt sich zweifelsohne ohne Sponsoren nicht mehr durchführen. Wie stark ist die Unterstützung und auf welche wesentlichen Partner können Sie da zählen und bauen? Die Festivalfinanzierung besteht sozusagen auf drei Säulen. Die wichtige Säule ist natürlich das Eintrittsgeld, was wir erzielen. Und die zweite Säule ist der Anteil der Kommunen. Veranstalter dieses Festivals sind die vier Landkreise an der Mosel und die Stadt Trier und die Stadt Bernkassel-Kuhs. Also eine große kommunale Familie, die übernimmt eine quasi Ausfallbürgschaft über die nicht gedeckten Kosten aus Eintrittsgeldern, Sponsorgeldern und auch Landeszuschüsse. Ein großer Dank gilt dem Land Rheinland-Pfalz, das seit 20 Jahren sein klassisches Musikfestival auch finanziell fördert und unterstützt im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz. Diese auch große finanzielle Familie garantiert, dass wir auch die Eintrittspreise im Vergleich zu anderen europäischen Festivals auf diesem Niveau relativ moderat halten können und auch keine soziale Ausgrenzung machen. Wir unterstützen Familien, in denen beispielsweise Kinder teilweise bis 16 Jahre freien Eintritt haben. Wir haben einen Verein der Freunde und Förderer mit annähernd 300 Mitgliedern, die auch ihre Mitgliedsbeiträge einsetzen, damit junge Musikerinnen und Musiker zu einem verbilligten Eintritt beispielsweise von nur 5 Euro oder 10 Euro die Konzerte besuchen können. Das sind alles Dinge, die man in einem gesangten Kommerat sehen muss und das ist ja auch Teil unserer Aufgabe, nicht hier kommerziell als Veranstalter aufzutreten, sondern als unserem kulturellen Auftrag als kommunales Unternehmen auch gegenüber dem Land und der Region wahrzunehmen und das auch so auf den Markt zu geben und zu veranstalten. Nun Herr Leven, gibt es für Sie persönlich noch eine Idee für das zukünftige Programm, deren Verwirklichung Ihnen bisher noch nicht gelungen ist? Herr Scholz, da gäbe es natürlich tausend Ideen, die man doch hat, bei so vielen Jahren Festivalmacherei, hätte ich beinahe gesagt. Aber ja, ich hätte mir immer gewünscht, dass wir tatsächlich in Trier mal wieder ein echtes Amphitheater haben, eine echte Open-Air-Spielstätte haben, an römischer Stätte, die auch wettermäßig und infrastrukturmäßig so ausgestattet wäre, wie man sich das wünscht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, es ist so viel an Räumen da, so viel an emotionalen, schönen, geschichtsträchtigen Räumen da, dass wir damit sicherlich auch in Zukunft ein gutes Festival bauen können. Was ich mir wünsche, ist, dass alle Stars und alle Ensembles und alle Orchester und alle Künstler, die wir einladen, kommen. Wir arbeiten mit Menschen, mit der Problematik, dass sie krank werden können und so weiter. Das wünsche ich mir und ich wünsche mir eigentlich das, was wir in den vergangenen 25, 26 Jahren hatten, ein weiterhin treues Publikum, was uns garantiert, dass wir als 80 Prozent unseres Platzangebotes in jedem Festivalsommer besetzt sind, mehrere Konzerte im Vorhinein ausverkauft sind und ich wünsche mir eine gute Mannschaft, die ich seit 25 Jahren habe, die weiter so enthusiastisch und fröhlich und ausgeglichen und engagiert mit mir zusammen dieses Festival auch in Zukunft veranstaltet. Nun, Herr Leben, vielen Dank für Ihr Kommen und alles Gute auch im Namen unseres Teams. Herr Schulz, ich bedanke mich ganz herzlich, meine Damen und Herren. Kommen Sie zu unserem Festivalprogramm, kommen Sie zu unseren Konzerten. Wir freuen uns auf Sie. Wir schenken Ihnen mit Sicherheit einen schönen Konzertabend. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, falls Sie erst während der Sendung zugeschaltet haben, den Beitrag aber nochmal in voller Länge sehen möchten, können Sie dies gerne tun in unserer Mediathek unter www.ok54.de slash mediathek. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017